Neben den etwa Mikrowellen großen 3D-Druckern für den Heim- oder Büroeinsatz gibt es auf der Euromold 2014 auch verschiedene Lösungen für den großformatigen 3D-Druck. Wir sind ein Berliner Unternehmen, was großformatige 3D-Drucker herstellt, im sogenannten FDM-Verfahren. Unser großes Ziel ist es, großformatigen Druck für viele Kunden erschwinglich zu machen. Bisher war eigentlich die Technologie nur großen Konzernen vorbehalten. Eine Maschine hat bisher ungefähr 500.000 Euro gekostet und dadurch ist natürlich auch ein Druck extrem teuer. Was wir heute machen ist, wir bieten Maschinen ab 36.000 Euro an, die können 1,3 Kubikmeter groß drucken. Und das machen die mit einem Kunststoff, der auch sehr günstig ist und so geht mittlerweile großformatiger Druck für wenige 100 Euro pro Objekt. Und es wird im Moment sehr stark nachgefragt von Designern, Architekten, Formenbauern, das machen wir auch. Und darüber hinaus viele große Industriekonzerne, die bereits Erfahrung haben mit den teuren Maschinen, die sagen, wir wollen auch eine günstigere Lösung. Und die haben wir hiermit gefunden. Unser Druckbereich ist 1 Meter mal 1 Meter mal 1,20 Meter hoch. Wir können so fein drucken wie alle kleinen Drucker auch. Also wir können bis 100 Mikron runtergehen. Macht bei großen Objekten im Moment noch nicht so viel Sinn, weil dann der Druck dementsprechend länger dauert. Also bei uns, unsere Maschine kann 24 Stunden am Tag laufen. Es ist auch so, dass ein großer Druck bis zu mehrere Tage dauern kann. Das macht aber nichts. Die Maschinen sind so gebaut, dass sie tatsächlich Tag und Nacht laufen können. Also ein großer Stuhl oder ein Tisch in Originalgröße kann man 3, 4 Tage auch drucken. Wir benutzen ein PLA, das ist ein biologisch abbaubarer Kunststoff. Wir können aber auch andere Kunststoffe verdrucken. Wir finden, dass es gibt auch ABS, wird sehr viel verwendet. ABS hat aber giftige Dämpfe. Und wir empfehlen auf unserer Maschine eigentlich PLA zu drucken im Moment. Ja, hier haben wir uns mal was ausgedacht. Und zwar, man kann natürlich nicht nur Endprojekte oder Endobjekte drucken mit dem Drucker, die dann so verwendet werden, sondern man kann sich auch Formen bauen. Wir haben hier eine Kunststoffvase gedruckt. Diese Kunststoffvase haben wir dann in einen Tonabdruck oder haben Tonabdruck davon machen lassen. Mit diesem Tonabdruck sind wir zum Glasbläser gegangen. Und der Glasbläser hat uns 10 große Glasvasen mit 80 Zentimeter Höhe daraus geblasen. Die Kosten für alles zusammen waren unter 1000 Euro. Hier geht es um den X1000, unser neues Großgerät für die Industrie. Speziell ausgelegt für Unternehmen, die einen Bedarf haben an großen Objekten. Der ist jetzt neu entwickelt worden von uns. Aufgrund der Erfahrungen, die wir in den letzten fünf Jahren gesammelt haben, hat ein Druckvolumen von einem halben Kubikmeter. Das entspricht ungefähr 1000 mal 800 Millimeter und in der Z-Auflösung haben wir 600 Millimeter. Das ganze Gerät ist nicht mehr für den Hausgebrauch geeignet. Bei 400 Kilo Belastung auf dem Boden muss man schon überlegen, wo man es hinstellt. Dazu kommt, dass die ganzen Komponenten, die verbaut sind, wesentlich höherwertiger sind, als es in den üblichen Reprap-Druckern der Fall ist. Wir haben hier Linearführungen, die sind über Servomotoren mit Encodern angesteuert, haben Mikrohubspindeln auf dem Tisch. Die können mehrere hundert Kilo stemmen. Das heißt, wir könnten hier Objekte erstellen bis zu einem Gesamtgewicht von 100, 200 Kilo. Wo man sich überlegen muss, wie kriegt man die Teile hinterher aus dem Gerät raus. Das heißt, Peripherie ist notwendig, man braucht eine Infrastruktur. Es geht los beim Kran. Der Stromanschluss ist das kleinste Problem. Das Gerät arbeitet mit 230 Volt, hat ungefähr eine Leistungsaufnahme von 200 Watt. Verarbeitet aktuell PLA. Weitere Materialien sind in der Entwicklung. Da geht es über ABS, über Polypropylen, über Polystyrol, Polyamide. Alles, was in der Industrie eben heute gefragt ist. Das Gerät ist relativ kostengünstig. Als Einstieg in den Großraum-Prototyping-Bereich fängt an bei 28.500 Euro. Und dann hängt es von der Ausstattung ab. Ein Druckkopf, zwei Druckkopf, drei Druckköpfe, beeiltes Druckbett, irgendwelche Ablufteinheiten, was immer der Kunde letzten Endes in seiner betriebliche Umgebung vorschreibt. Natürlich können auch manche Geräte der etablierten, großen 3D-Druckerhersteller groß drucken. Der Pro X 950 verfestigt mittels Laserstrahlen lichtempfindliches, flüssiges Kunstharz. So entstehen Schicht für Schicht Objekte bis zu einer Größe von 150 x 75 x 55 cm. Die Schichten sind dabei zwischen 0,05 mm und 0,15 mm dünn. Die Fertigung eines Prototypen für ein Autoarmaturenbrett dauert damit etwa zwei Tage. Die Schichten sind dabei vom St英um Shareschi gobt. Die Schichten sind dabei. Und das ist ja gut, wie wir von einem vrai Kunde aufpassen,